Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Gewalt ist die neue Sprache der Jugendlichen, insbesondere seit Halloween in Linz und Wien. Man wehrt sich nicht mehr mit Worte, man beschimpft keine Leute mehr, man hatet auch nicht mehr im Internet. Stattdessen wird ironisch gemeint, Böller und Wasserreuth auch noch sonst herumliegt eingesetzt, um seinen Ärger kundzutun. So geschehen ist es natürlich am Halloween-Oben und gestern, also am 2. November. Die Leute, die dabei verletzt wurden, oder die Polizisten, haben das natürlich überhaupt nicht lustig gefunden, ich übrigens auch nicht. Ich bin zum Glück schon aus dem Alter hier draußen, aber dennoch. In einer Zeit, da wo eh schon so viel Glück herrscht, sollten sich wenigstens die Leute in Österreich mal ein bisschen zusammennehmen. Aber so ist nochmal die Jugend, das soll jetzt kein Hate sein gegen die Jugend, sondern eine Tatsache. Meine Bitte an euch, wenn ihr in Linz, Wien oder generell in Österreich unterwegs seid, wenn ihr eine Gruppe von Jugendlichen seht, großräumig ausweichen, weil sonst kann es passieren, dass für längere Zeit das Krankenhaus euch ein eigenes Daheim ist. Sollte jetzt keine Drohung sein, aber es ist eine Tatsache, dass es leider in der letzten Zeit so ist und es wird leider auch nicht aufhören. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das kann es einfach nicht sein. Wenn die Täter Ausländer waren, da kann man es natürlich nicht aufstehen. Ich sehe ganz klar, weil unser Gesetz mal ein bisschen anders ist, wie in Deutschland und in anderen Ländern. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bleibt cool und gesund über ein Abo, eure Kommentare und natürlich ein Like für den Algorithmus, würde ich mich sehr freuen. Fühlt euch bis am Montag, euer Mike.